Basti? Basti? Komm mal her, ich hab... Ich hab ein Geschenk für dich. Ich hab ein Geschenk für dich, komm mal her. Fangen wir schon. Pils um. Pils um. So. Ich wär sogar langsam ready. Für was? Für ein bisschen Spreng-Action. Läufst du grad hier rum? Basti, hast du Bock auf ein bisschen Bum-Bum? Wat? Ein bisschen Bum-Bum, ein bisschen Sprengen, Bum-Bang. Wo bist du, Alter, was machst du denn überhaupt? Ich tu Dinger. Wow, okay. Ich tu Dinger. Ich tu Dinger, okay. Willst du dich überhaupt bereit dazu? Sonst hätte ich das ja nicht gemacht, oder? Was ich freust dich über dein Geschenk? Ja, dankeschön. Bitteschön. 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 Und wie wieder. Ja, jetzt hab ich einmal zwei Schuss drin und eine Vertronung ist gemacht. Dann nimm die noch, dann nimm die noch, dann kannst du noch mal ganz nachladen. Und wenn wir es heute nicht schaffen, dann kommen wir wieder. Und wieder. Und ich bin noch mal kurz auf K. Dankeschön. Ja, von mir aus können wir. Ist es grad nacht? Ne, bis Tag. Ich bin wieder da. Ich bin wieder da. Ich bin wieder da. Was, ist die Witze? Da ist auch ne Knochenrüstung. Ich hab äh Wolfshelm jetzt auch gut. Oh. 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 Also der Rest ist zwar scheiße, aber... Geht schon. Oh. ich habe irgendwie schiss ich habe irgendwie schiss dass wir alles verlieren frage ist halt ist er zu hause unterwegs so 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 Die Wett ist doch safe, oder? Bruder, wie lange? Fehlt Bezündung. Ich steh vor dem Gesitten. Ich hab's so gewusst. Ich hab's so gewusst. Die Tür hat noch 150. Soll ich dein Zeug mitbringen, Benni? Ja, warum? Okay, jetzt komm ich. Ja, die Tür bekommen wir auf jeden Fall auf. Wenn wir jetzt noch zwei solch fetten Sprengstoff hätten, dann hätten wir die Tür offen. Wir haben auch irgendwie Schaden gemacht. Das sieht nicht so aus. Wir wollen nicht darüber reden. Das hab ich kaum gesehen. Ich wusste es, wo du hinläufst. Dass die explodiert. Aber ich hab eigentlich gedacht, die Tür ist offen. Aber, Digga, was ist das für die Tür? Na gut, komm, komm nicht weiter. Nein. Jetzt schimm mal dein Leben. Ich mein grad den Moment. Wenn du das Ding noch zweimal herstellen kannst, sind wir drin. Maybe. Maybe? Wie bitte? Vielleicht. Weiß ich nicht. Ich muss mal gucken. Kann man damit nicht die Steinwand kaputt machen? Doch, aber die Steinwand hat ja 500 Jahre noch mehr. Ich dachte, durch Stein geht es leichter. Aber das war ein großer Kaboom, Alter. Ich dachte, durch Stein geht es leichter. Ich fuh, dass ich so nicht mehr schlaufe. Ich kende es RUSSIG. Aber ich kann das rauskommen. Ich höre uns die Zuchzen glassen. Ich kann das zu, denke ich wieder zu, wenn ich verlassen. Ich kann das in die Tür nicht bewerfen. Ich kann das Wasser. Ich kann das an, das für ein bisschen tofu. Ich kann das. Wenn ich das Wasser nicht mal unterwegs sein kann, Was ist da noch? Das ist nicht so schnell. Ich würde mal die Sache ab spielen. Ich würde mich nicht in der Sache sein. Das ist eine Sache. Das ist eine Sache. also noch zwei stück davon ich glaube ich glaube die haben dann noch eine zweite tür habe ich einmal gesehen ich weiß ich habe nicht genau ich habe nicht genau gesehen welche tüten es ist schon wieder eine sache um schwarzpulver herzustellen spieler das habe ich genau was sie müssen wir müssen auf schweifersuche gehen wir müssen für irgendwie zu dem punkt hin kommen dass wir zeitgesteuerte sprengladung machen alter die macht 550 schaden zwischen die da brauchen wir eine werkbank stufe 3 dass die items dazu sind 20 sprengstoff im stoff und zwei technik schwarz alles klar vielleicht sollten wir auch vielleicht sollten wir auf die stufe 2 dings gehen wird da gibt es ja dann auch besseren sprengzeug wieder bestimmt mit toll von münze hochwertiges metall und metall schrott hochwertiges metall schrott einer holi auch hochwertiges metall braucht man von der stufe 2 weg war ja ja der metall schrott vielleicht sollten wir noch mal da vorne hingehen das ist ein schneegebiet wenn du weißt du was ich mal wir haben sogar noch könnten sogar noch einmal das ding aufmachen wieder wir müssen mal zu diesem eingebiet wo wir vorhin schon mal waren und metall schrott zusammen wir brauchen 500 für die zweite werkbank keine ahnung keine ahnung müsste ich nachschauen viel viel mehr und wir brauchen 20 hochwertiges metall aufnehmen das wird noch arbeit 20 hochwertiges das wird noch weniger erscheine 2 20 hochwertiges 30 hochwertige 2 tschuisch mach die tür zu macht die tür zu macht die tür zu holly schützt stehen direkt vor die stehen direkt vor unserer tür ja sag es im old chat du idiot jungen ich habe übrigens noch die metalltür zu bekommen man geht doch mal weg da Ah, das ist weg. Ah, ist sehr gut. Oh. Ey, mir ist grad so in die Hose gerutscht, alter. Ey, jetzt hab ich gedacht, dass wir das hier ernst nehmen. Ja. Ja. Die laufen da noch rum. 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 Die laufen da noch rum.